Hallo, hallo, ich will mal die beiden Männer abholen. Oh, ich fand's eigentlich cool und ich hoffe mein Vater auch. Also natürlich musste er sich manchmal gegen seine Frauen durchsetzen, vier an der Zahl. Aber er hat das schon mal ganz gut geschafft. Vielleicht war er deswegen so... Powervoll. Ich bin ein schönes Problem. Alright, there is someone else. Her name's Emily, and she's in the realm for quite a while. I'm sorry. I'm sorry.